Einmal habe ich das gemacht auf der Baustelle, habe ich wie ein Aff da. Er so mir, können Sie vielleicht nachher noch hier diese Sachen? Ich so, uga, 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 habe ich so gemacht. Nachher schaut er mich voll schockierend an und ich schaue ihn an. Ich so, hey, ich kann ebenfalls Schweizerdeutsch, gell? Weisst, sonst kannst du mich auch einfach als Aff bezeichnen. Also weisst du, ich wollte ihm einfach mal zeigen, was läuft mit dir eigentlich? So, probiere es doch erst einmal. Und auch wenn ich es nicht kann, rede Schweizerdeutsch mit mir, weil nur so würde ich es auch dann lernen.